Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlag und Fertig. Ich höre bei dir irgendwie im Hintergrund so ein Krummeln. Was denn für eins? Mach mal nach. Ich habe einen ganz guten Vergleich. Es fühlt sich an, als ob du einen Whirlpool auf der Terrasse hättest und der läuft. Ich gucke mir auch mal nach. Aber eigentlich finden da nur Bauarbeiten statt, aber es ist auch gerade niemand da. Seit Monaten wird hier der Balkon umgebaut. Kann ich das denn hier preisgeben, dass bei dir immer so ein blaues Laken zum Sichtschutz zu sehen ist? Ja, weil diese Wohnung ist so, dass wenn auf dem Balkon Leute sind, du hast in dieser Wohnung nur quasi einen Raum, einen Wohnraum, der komplett einsichtbar ist. Und wenn ich dann morgens um sieben hier Podcast aufnehme, fühle ich mich dann von den Bauarbeitern beobachtet. Deswegen habe ich ein Spannbetttuch über mein Fenster gehangen. Also es gibt ästhetischere Sachen. Das stimmt. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass es doch so lange da hängen wird. Wie lange dauern dir denn jetzt schon an, die Bauarbeiten? Boah, seit Ende August. Also schon lang, finde ich. Scheint eine komplizierte Sache zu sein. Ja, dann ist das Übliche wieder gewesen, es gibt noch keinen Termin für das Geländer, das geliefert wird und so weiter und die Classics. Ja. Ja, es zieht sich. Es zieht sich. Wie geht es dir denn sonst so? Hast du denn die Woche gut verkraftet? Die Woche habe ich an sich gut verkraftet. Habe mich dann schön gefreut, so klassischer Freitagabend, Fußball, Bier. Aber die Laune wurde mir verdorben. Wir haben ja schon lange nicht mehr hier über den FC geredet. Wirklich 5-1 gegen Darmstadt. Jetzt hört es aber mal auf. Zweite Liga ist ja schön und gut, aber irgendwo ist es auch mal gut. Ja, ich habe es auch geguckt. Ich war im Saarland, ich war bei Freunden und es war schon alles angerichtet fürs Raclette. Und wir haben dann in der Halbzeit entschieden, dass wir dann doch Richtung Tichtegern und uns aufs Raclette fokussieren. Das hat die Mannschaft offensichtlich auch gemacht. Ja, es war ein bitterer Abend, aber das passiert. Das ist Fußball, ne? Das ist ein Tagesgeschäft. Das ist mir zu einfach. Das sind immer diese Floskeln, Mund am Putzen weiter. So ein Gesicht will ich nie wieder sehen. Ja, ja, ja. Das hat man jetzt schon... Was willst du sonst sagen? Was würdest du denn in so einer Situation mal sagen? So als Fan. Sag mir mal, du bist ja Fan und du wärst jetzt verantwortlicher. Was würdest du denn sagen? Das würde mich mal interessieren. Ich würde erstmal proaktiv ein paar Verträge auflösen. Einfach so, dass man mal so ein Zeichen in die Kamera setzt. Also ich würde da einen Vergleich ziehen. Also ich gucke ja Football und bin da mit meiner Fantasy Football Liga so ein bisschen aktiv. Ja. Und da ist es so, dass die Green Bay Packers, die haben dieses Jahr im Draft einen Kicker gezogen. Und bei den Kickern ist es so, wenn die nicht treffen, werden die entlassen. Das heißt, nach sechs Spielen, fünf oder sechs Spielen, fünf hatten sie glaube ich, sechs, ich weiß es jetzt gar nicht genau, fünf oder sechs, hat er nicht performt. Zack, wurde er nach sechs Spielen entlassen. Ja, das baut doch mal einen ganz anderen Druck auf. Ja, das ist wohl wahr. Also da ist es relativ schnell so, dass vor allem die Rookie-Kicker mal schnell ausgewechselt werden. Ja. Also du würdest proaktiv Verträge auflösen. Aber einfach nur, weil ich als Fan fände ich das Spektakel natürlich lustig. Und ganz ehrlich, wäre es ein schlimmeres Spektakel als das, was wir aktuell haben? Ja, das ist ja jetzt wirklich sehr aktuell, ne? Ja. Also ich glaube, vor der Länderspielpause waren wir doch alle ein bisschen zufriedener. Und jetzt ist es natürlich durch das eine Spiel sehr, sehr getrübt. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Naja. Ich hoffe, aber deine Laune war jetzt nicht das ganze Wochenende so runtergezogen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe das dann schnell abgehakt. 21 Uhr. 21 Uhr. Mit dem nächsten Kranzkölsch war das Ding gegessen. Ich habe das Ding hinter mir gelassen. Das ist auch gut, dass du das mittlerweile sehr schnell ad acta legen kannst. Ja. Nee, deswegen. Ich hatte auch ein entspanntes Wochenende. Keine... Mal nichts zu tun. Musste nicht auf irgendwelchen Parteitagen rumhopsen. Das war auch mal ganz schön. Mal Freunde treffen. Auch nett. Auch nett, so ein Privatleben, ne? Ja, ist auch ganz schön. Nichts gegen den Opus, Klassik. Nichts gegen... Wo war ich denn zuletzt auf welchem Parteitag? Nee, gegen Merkels Geburtstag. Ist ja auch Freunde treffen irgendwo. Ja, klar. Klar, klar. Nur, dass die Freunde mich nicht drin haben wollen. Aber gut, sonst ist es wie Freunde treffen. Es gibt ja immer so Beziehungen, die gehen in eine Richtung. Und es gibt Beziehungen, die gehen in beide Richtungen. Ja. Und ich finde, ich gebe Friedrich Merz so viel. Und es kommt so wenig zurück. Es ist traurig. Die Ausschnitte müssen wir ihm eigentlich zuspielen lassen. Wie verzweifelt du bist. Was er mit dir macht. Was er mit deiner Psyche anstellt. Mein Mindset. Mir ging es... Er ging es nicht so gut. Ich habe mich letzten... Ich musste, glaube ich, meiner körperlichen Belastung Tribut zollen. Mein Körper hat sich das genommen, was er braucht. Nämlich eine Pause jetzt. Ich habe mich verletzt. Wirklich? Ich habe mich letzte Woche verletzt, ja. Wo denn? Wie denn? Was denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Also, wo denn? In Köln-Kalk. Wir hatten ein Freundschaftsspiel mit Ochjek. Bunte Liga-Freundschaftsspiel. Und ich muss einfach mal mein Mindset in solchen Spielen ein bisschen überdenken. Ich dachte nämlich, komm, 80. Minute. Wir hatten einen Angriff und haben den Ball verloren. Und ich dachte, komm, ich sprinte da jetzt noch 70 Meter hinterher. Dass wir beim Stande von 4, 14 Minuten vor Schluss, ja, bei einem Freundschaftsspiel der Bunteliga, dass ich da nochmal hinterher sprinte. Dann sprinte ich hinterher, kriege sogar den Ball, bin dann am eigenen Sechzehner und denke, komm, den spiele ich mit der Hacke. Und wie schon mein alter Trainer Steffen Baumgart sagte, lass die scheiß Hacke weg. Ja, und da habe ich die Quittung bekommen. Auf einmal hat es nämlich in meinem Muskel kurz plupp gemacht. Und ich konnte mich gefühlt nicht mehr bewegen. Musste direkt runter. Und habe gedacht, ey, das kann nicht wahr sein. Ich habe das noch nie verspürt. Ich habe 13 Jahre im professionellen Bereich Fußball gespielt. Und das war das erste Mal, dass ich sowas gemerkt habe. Also ich habe einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel. Und es ist einfach aufgeploppt wie so ein kleiner Luftballon gefüllt mit Wasser. Da wusste ich genau, oh. Und das alles wegen eines Hackentricks auf einem Stolperrasen in Köln-Kalk. Ja, ja, genau. Deswegen müsste ich mal mein Mindset in solchen Situationen ein bisschen überdenken. Und vielleicht einfach mal stehen bleiben. Aber ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Und das Schlimme war, ich wollte unbedingt Samstag im Saarland als Herren spielen. Da stand nämlich ein Derby vor der Tür. Oh. Und das musste ich dann auch relativ schnell beiseite legen. Weil da ging gar nichts. Ich hatte solche Schmerzen nachts. Ich konnte gar nicht richtig schlafen. Ja, und dann war das das erste Mal nach 13 Jahren Profifußball, dass ich so einen Muskelfaserriss hinten im Oberschenkel mal, ja, erlebt habe. Irgendwie nicht so geil. Und wie lange musst du jetzt pausieren? Da macht man doch nichts, oder? Das ist doch konservative Behandlung, oder? Ja, konservativ. Also ein bisschen Radfahren und so, das kann ich schon. Da darf ich auch. Aber laufen, das dauert ein bisschen. Je nachdem. Ich habe jetzt nur einen Ultraschall gemacht, jetzt kein MRT oder so, dass man es genau sehen kann, wie schwer die Verletzung denn wirklich ist. Aber ja, wie das so ist im Hobbysport. Wenn es nicht mehr wehtut, wieder probieren, irgendwas zu machen. Spürst du es denn im Alltag, oder geht da alles? Noch spüre ich es noch im Alltag. Also humpelst du auch so rum, oder? Donnerstag, Freitag bin ich schon so ein bisschen gehumpelt. Also das war irgendwie, das war sehr unangenehm. Und auch wenn ich auf Toilette saß, das ist genau die Stelle, wo man am hinteren Oberschenkel auf Toilette saß. Das war sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Ja, aber das kenne ich auch noch davon, dass bei meiner Kreuzband-OP wird dir ja diese, ich vergesse mal den Namen, dieser komplizierten Sehne, die dir aus dem Oberschenkel rausgenommen wird. Sedimentosussehne oder sowas. Und das merkst du auch, also das ist ja eigentlich vor allem als Bluterguss und Prellung mäßig zeigt sich, dass diese Sehne fehlt. Aber das merkst du wirklich genau in dem Moment, wenn du auf der Toilette sitzt. Das ist so ungeil. Das habe ich eben auch nochmal gemerkt, bevor wir hier den Podcast aufgenommen haben. Aber das ist genau, wie du beschrieben hast. Du hast, das hat sich auch bei mir direkt angefühlt, wie so ein Bluterguss, auch als das passiert ist. Weil auch beim Faserriss oder wenn sowas reißt, wahrscheinlich wie wenn das operativ entfernt wird, gibt es natürlich eine Einblutung. Und genau die merke ich. Und das ist irgendwie sehr unangenehm. Aber ich glaube, es dauert jetzt nicht mehr lange, dass es zumindest im Alltag ganz, ganz entspannt ist. Aber wie gesagt, das war für mich ein Schlag, dass ich Alterren nicht spielen konnte. Da musste ich das Ding am Samstag so ein bisschen wegcoachen. Bald Spieler-Trainer. So lange dauert es nicht mehr. Bald Spieler-Trainer. Jetzt nur Trainer an der Seitenlinie gewesen, so ein bisschen. Und ich habe ja schon mal von den Alterren erzählt. Und es gab wieder, es war echt ein ruhiges Spiel. Und es war nicht so viel los. Wirklich auch, obwohl es ein Derby war. Und es war bis besagter Kumpel, der letztens schon mal eine Rudelbildung verursacht hat, wieder ein taktisches Foul gemacht hat. Und die Gegner waren dann wieder kurz aufgebracht. Da ist kurz Stimmung reingekommen. Es war wieder sehr lustig. Aber diesmal ist sie wirklich, er war nicht so wie bei dem anderen Spiel. Der war sehr, er hat einfach nur gefoult. Und die Gegner haben es falsch aufgenommen. Und wie ist es denn ausgegangen? 3-2-Sieg. 3-2-Sieg. Ja. Das Bier ging dann auch runter wie Öl. Da wurde ich quasi verdonnert als erstes Spieler, als Herrentrainer. Da musste ich natürlich auch eine Kiste geben. Für alles eine Kiste. Für Muskelfaser ist eine Kiste. Fürs Training ist eine Kiste. Man findet immer einen Anlass. Ist so, ist so. Ja. Da wurde aber diesmal die Handbremse reingehauen. Da bin ich so lange geblieben. Clever wahrscheinlich. Wegen der Verletzung natürlich. Wegen der Verletzung natürlich. Alles vorbeugend. Man darf es ja nicht noch schlimmer machen. Ja, ja. Aber davor, wo sie, wir waren davor noch die erste Mannschaft von Auerzmacher gucken. Und die haben gegen Wormazia Worms gespielt. Ein Verein, der vielleicht ein bisschen bekannter ist in Deutschland als jetzt der SV Auerzmacher. Die haben auch eine kleine Fanschar mitgebracht. Also so 15 bis 20 Leute, die eine Trommel. Und die haben eigentlich das ganze Spiel lang durchgesungen, haben Stimmung gemacht. Du hast schon gesehen, der eine oder andere von denen, die haben vielleicht auch ein Bierchen auf dem Hinweg getrunken. Also die waren ganz gut dabei. So und Auerzmacher hat irgendwann das 1-0 gemacht. Und das waren natürlich ein paar Entscheidungen vom Schiri, die jetzt nicht ganz so gepasst haben. Das war, die Stimmung war dann ein bisschen aufgeladen. Da hat Worms, hat dann das Spiel gedreht, 2-1. Und da dachten alle so ein bisschen, boah, jetzt das Ding ist durch. Worms war eigentlich jetzt gerade die bessere Mannschaft. Auerzmacher hat viel investiert und wirkte ein bisschen platt. Man kennt ja Worms, die spielen sowas ja dann locker runter. Das ist ja Worms, ich meine. Eben, eben. Und dann gab es eine gelb-rote Karte, dann stand es 2-1. Gelb-rote Karte für Worms, Auerzmacher an Überzahlen. Und da hast du gemerkt, dass, also wie das so bei uns auf dem Dorf auch ist, da gibt es immer Leute, die so ein bisschen provozieren. Ich glaube, das ist auch im normalen, also im großen Stadion und so, da gibt es immer Leute, die provozieren, aber eben auf einem kleinen Sportplatz hört man vielleicht das ein oder andere nochmal besser. Da wurde natürlich auch in Richtung der Worms-Fans ein bisschen provoziert. Und da hat sich das so ein bisschen aufgeladen. Da ist das 2-2 gefallen und es wurde dementsprechend gejubelt. Vor der Wormser Fanschar, oder? Ja, nicht vor der Wormser Fanschar, aber in Richtung anscheinend. Und da ist wohl der ein oder andere Spruch gefallen. Und da hast du so gemerkt, vereinzelt sind Leute von weiter unten auf dem Sportplatz nach oben gegangen, weil es da zu einem kleinen Tumult kam. Also, wie gesagt, in Auerzmacher, da ist eigentlich kein Gewaltpotenzial. Da wird vielleicht ein bisschen provoziert. Wer ist dann wirklich fast eskaliert anscheinend. Also ein Kumpel von mir ist dann dazwischen gegangen. Der hat da gesehen, da hatten irgendwelche von den Wormsern, die haben wohl eine Fanfreundschaft mit Mannheim und dadurch mögen die den 1. FC Saarbrücken nicht. Und die haben dann auch die ganze Zeit da wohl reingeschrien, ja, was ist denn ihr scheiß Saarbrücker? Und ein Kumpel von mir so, wir haben mit dem 1. FC Saarbrücken, mit Saarbrücken haben wir gar nichts am Hut. Unsere Cousinen wohnen da, aber ansonsten ist da nichts. Wir sind ein kleiner Dorfverein. Also wirklich, bitte, also hier muss es jetzt keinen Stress geben. Und da waren da von denen aber so ein paar ziemlich aufgebracht. Das ist wirklich, also es gab keine Pufferzone mehr. Ich glaube so noch ein Funke und dann wäre es, ja, da wäre es explodiert, das Pulverfass. Und fünf Minuten später ist dann die Polizei vorgefahren gekommen, beim 6er-Bus. Aber es war... Ist ja wirklich Brennpunkt Saarland wieder. Also ich musste schmunzeln. Wir haben uns natürlich angeguckt, dachte, es kann ja hier, also jetzt mal ehrlich, es kann doch jetzt nicht... Es gab auch vorher nicht wirklich ein Potenzial. Klar, man hat sich so Sprüche gedrückt, aber es war eigentlich kein Potenzial. Dachte ich aber, komm, da habe ich was zum Erzählen im Podcast. Das ist doch perfekt. Du warst quasi der Lokaljournalist, der so mit so einem Notizbuch im Trenchcoat da stand und so eifrig mitgeschrieben hat. Jetzt hast du genau mein Outfit getroffen. So war das. Schlapphut. Ja, also das war mein Samstag. Also wirklich ein gelungener Samstag. Hätte Auerzmacher noch 3-2 gewonnen, das wäre perfekt gewesen. Das ist leider 2-2 ausgegangen, aber ansonsten wäre es optimal gewesen. Es ist doch schön, wenn König Fußball wieder abliefert. Ja, definitiv. Mit allem, was dazu gehört. Da habe ich nur gelesen, das scheint der Gegensatz gewesen zu sein. Also ich habe den Ausschnitt nur auf Twitter gesehen. Vom Kicker-Live-Ticker Jan Regensburg-Fortuna-Düsseldorf, wo der Kicker-Typ in der 27. Minute geschrieben hat, Leute, jetzt zeigt endlich irgendwas. Ich will mir hier nicht alle drei ereignislosen Minuten lang was für die Leser aus den Fingern saugen müssen. Das ist schon mal gut. Ich habe einen ganz guten Kreisliga-Ticker bekommen. Wir haben da in Auerzmacher so eine Gruppe und da wurde ein guter Ticker reingeschickt. Und da muss ich sagen, da hat der Fußball auch wieder geliefert. In dem Fall wieder der unterklassige Fußball. Und zwar ist das der Ticker. 67. Minute Zeitstrafe für einen Spieler. Ich will jetzt keine Namen nennen oder sonst was. Zeitstrafe. Also im Saarland gibt es eine Zeitstrafe. Anstatt gelb-roter Karte kann man da die Zeitstrafe ziehen. Dauer 10 Minuten Grund Nachtreten in der 67. Minute. 68. Minute Rot für den gleichen Spieler. Grund Randale Mülltonne umgedrehten. Da war einer sauer. Das ist ein Ticker, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich wende das. Das ist doch Kreisliga. Also Randale ist auf jeden Fall ein guter Grund für eine rote Karte, finde ich. Randale Randale Mülltonne umgedrehten. Ja, der Klinzi hat keine rote Karte damals bekommen, als er in die Tonne getreten hat. Nee, das stimmt. Ich erinnere mich noch an einen Ticker von vor zwei, drei Wochen oder Monaten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich gucke mal kurz, ob ich ihn finde. Ansonsten zitiere ich ihn jetzt aus dem Kopf. War auch Amateurbereich, wo der Ticker damit endete. Irgendwie auch so, keine Ahnung, welche Minute, sagen wir mal 67. Minute. Und der Ticker endete sehr abrupt mit dem Wort Sorry, ich muss aufhören, werde eingewechselt. Die sind auch immer gut. Und verhofft kommt oft. Ja. Ja, ich sage, dieser unterklassige Fußball, der müsste nochmal einen Tick präsenter werden. Also zumindest, was der Kicker betrifft. Äh, der Ticker auch. Weil, ich habe jetzt auch gesehen, Spiel, einfach so ein Pokalspiel, da lag eine Mannschaft in der 60. Minute 7-0 hinten und die haben das Ding einfach noch gedreht. Also, die haben 7-7 gespielt, es ging dann wohl die Verlängerung und Elfmeterschießen im Pokal und die sind dann noch weitergekommen. Und du siehst so, also die zeigen das 7-0 der, 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 dann Verlierermannschaft und dann zeigen die alle Tore und gerade beim Torjubel wie immer mehr Hoffnung aufkeimt. Das ist so, das ist so schön zu sehen. So das 7-1, ja, okay, 7-2, ja, 7-3, oh ho, 7-4, aha, 7-5, ja, da geht noch was, 7-6, jetzt haben wir sie und 7-7 ist dann eskaliert und dann auch nach dem Elfmeterschießen, der letzte Elfmeter ist da drin, das ist alles, das ist richtig rund gegangen, also zu Recht auch. Es ist ja so, als würde eine Zweitligamannschaft eine 3-0-Führung aus der Hand geben. So ähnlich, ja. Eigentlich sehr unwahrscheinlich, passiert nicht. Nee, 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 nee. Oder Nationalmannschaften, es gab ja mal das 4-4 von Deutschland gegen Schweden, als sie 4-0 geführt haben. Aber da warst du nicht dabei, oder? War das davor? Nee. Vor deiner Zeit noch? Das war vor meiner Zeit, ja. Gegen Schweden war das? Hat da nicht Zlatan noch gespielt? Ja, ich glaube schon. Müsste eigentlich. So, ich glaube, dann können wir so langsam die unterklassigen Fußballthemen abhaken. Ja, von mir aus. Ich dachte, ich mache noch einen FC-Witz, aber ich lasse es. Komm, was soll's? Liege am Boden. Kommen wir zu den unterklassigen Politik-Themen. Hast du was vorbereitet? Bin gespannt. Ich habe nichts Großartiges vorbereitet, wenn ich jetzt an die unterklassigen Politik-Themen gehe. War ich sehr überrascht, dass Donald Trump bei McDonald's bedient hat. Das habe ich auch gestern gesehen, aber ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe es nur die Bilder gesehen. Ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen, weil das muss ja einen Hintergrund haben. Und der Hintergrund ist anscheinend, also ich weiß nicht, wie langfristig das geplant war, aber Kamala Harris hat wohl gesagt, dass sie früher bei McDonald's an der Kasse gejobbt hat und Fritten gemacht hat und er bezichtigt sie der Lüge, dass das gar nicht stimmen würde. Und natürlich gibt es dann auch Aussagen von ihm im McDonald's dann drin, wo er sagt, ja, jetzt habe ich wenigstens länger bei McDonald's gearbeitet als Kamala Harris. Ach, das ist alles eine große... Der Mann des Volkes, der Mann des Volkes. Der Mann des Volkes. Also gut, dass er bei McDonald's glaube ich häufiger isst, würde ich ihm schon zutrauen. Ja, hat er auch, steht auch glaube ich drin, was so sein Lieblingsmenü ist. Das habe ich auch gescreenshottet. Seine Lieblingsbestellung, Big Mac, Filet-O-Fisch, Pommes und ein Vanilleshake. Also Filet-O-Fisch, das kann man ja nicht ernst nehmen. Ja, finde ich auch. Wenn Filet-O-Fisch bei McDonald's bestellt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Wirklich, da dreht sich Käpt'n Iglo im Grabe um bei Filet-O-Fisch. Ja, das ist doch Müllerin-Art, oder? Mh, Forelle Müllerin-Art. Meinst du, weil es für den Müll ist? Das ist jetzt eine vage Behauptung. Würde ich aufpassen, was du sagst. Nachher musst du noch, musst du noch wegen Rufmord, musst du noch, wirst du noch angeklagt von McDonald's. Oh, meinst du, jetzt ist der Ruf von McDonald's so abgesackt, weil ich das gesagt habe? Jetzt, jetzt, ja. Jetzt ist es vorbei. Ja, also, wie hast du es gerade genannt, die unterklassige Politik? Ja, also ich meine, das hat ja mit Politik nichts zu tun. Ja, deswegen ist eigentlich die perfekte Überleitung zur CSU. Hä, die sind doch, die sind doch stark wie nie. Ja, das stimmt, aber halt auch nur in Bäuern, Bäuern. Ja. Nee, es war ja CSU-Parteitag, wo mein Kollege Lutz Vanderhorst auch unterwegs war, hat er sehr gut gemacht, fand ich, sehr lustig, gerade die allererste Szene des Beitrags. Also er ist da hingegangen und hat versucht, sie von den Grünen zu überzeugen, von der Koalition. Und die erste Szene, da ist so eine Frau in so einem grünen Hosenanzug und er geht so hin, ach, das finde ich ein tolles Zeichen, das ist, vielen Dank, und schenkt ihr so eine Sonnenblume, weil sie sich so völlig verwirrt und er moderiert dann so in die Kamera. diese Frau ist ganz klar für eine Koalition mit den Grünen und sie hört das so und will so eingreifen. Nein, wir lassen das Bild einfach so stehen. Das ist ein tolles Bild, Sie wissen gar nichts dazu sagen. Die Frau hat sogar eine Sonnenblume in der Hand. Also ein guter Start in den Parteitag. Guter Start in den Parteitag. Und was ich nur lustig fand, ich habe mich inhaltlich nicht mit dem Parteitag beschäftigt, aber das macht die CSU ja selber auch nicht, denn diese Obsession von Söder und den Grünen, statt mal einfach über seine eigenen politischen Visionen zu sprechen, finde ich schon lustig. Vor allem auch Ricarda Lang, die ja jetzt zurückgetreten ist, scheint jetzt offensichtlich wieder viel Zeit für Twitter zu haben, weil sie da immer munter twittert. Also sie hat irgendwie angekündigt, für jedes Mal, wenn Söder das Wort Grün in den Mund nimmt, spendet sie 5 Euro an Sea-Watch oder so. Und ich glaube, es sind über 800 Euro gewesen am Ende. Ja, ich glaube auch, dass da ein bisschen was zusammenkommen kann. Also fand ich einen lustigen Move. Und gleichzeitig fand ich auch Söder wieder, er hat dann irgendwie auch über die Ampel geschimpft, also das Übliche, und dann aber so Game of Thrones mäßig gesagt, der Sühn vergisst nicht. Gut, Game of Thrones kam ja gut an und wenn du dann die Leute so mitnimmst, ne? Ja. Deswegen hat er sich auch, glaube ich, seinen Bart stehen lassen. Ja, stimmt. War auch dann Mittelalter üblich. Ja. Er ist jetzt der Eiskönig. Der Sühn vergisst nicht. Das finde ich wirklich top. Also da könnte man auch mal erwidern, wir vergessen die Maut auch nicht, die uns Millionen kostet als Steuerzahler. Einer muss es ja zahlen. Ja, einer muss es ja zahlen. Vor allem die ganzen CSU-Verkehrsminister, die jahrzehntelang einfach nur Steuerkohle nach Bayern geschäffelt haben. Darum sind da die Autobahnen ja in einem guten Zustand. Und jetzt kommt er hier mit der Süden vergisst nicht. Ja, also da kann ich nur sagen, wenn ich hier durchs Ruhrgebiet oder auch durch Köln fahre, der Westen vergisst auch nicht. Ne, also der Westen hat auf jeden Fall viele Baustellen aktuell. Ja, der Westen vergisst auch nicht, aber er kommt auch nicht an. Also mach dir keine Sorgen. Das stimmt. Ja. Dafür hat man ja Bus und Bahn. Da kommt man ja gut drüber. Da können wir mal so ein Lacher einspielen vom Band, wo du das gesagt hast. Das fände ich ganz schön. Weißt du? Einfach so. Ja, so ein richtiges Studiopublikum Lacher, weißt du? Okay. Dafür haben wir ja Bus und Bahn. Das wird schön. So machen das doch die großen Sender, ne? Ja. Aber ich fand, um das zweite politische Thema anzusprechen, was ich mir aufgeschrieben habe, im Bundestag war fast so ein bisschen House-of-Cards-Stimmung letzte Woche. Fand ich beeindruckend. Und zwar ein seltener Vorgang. Ist wahrscheinlich total uninteressant, aber ich fand es spannend. Friedrich Merz hat in einer Intervention gesagt, dass der Bundeskanzler und die Bundesregierung keine Waffen mehr an Israel liefern würden und dass das Verrat an der deutschen Staatsräson wäre und so weiter und so fort. Und der Bundeskanzler saß ja auf der Regierungsbank. Frage ging aber an Rolf Mütze nicht, den Fraktionschef der SPD. Und Scholz war offensichtlich so angefressen davon, dass er, ein sehr ungewöhnlicher Vorgang wohl, von der Regierungsbank aufgestanden ist, also ins Parlament, ins Plenum gegangen ist. Dann hat die Präsidentin gesagt, Herr Mütze nicht, ist es okay, wenn für Sie der Abgeordnete Olaf Scholz antwortet. Also Scholz hat seine Funktion von Kanzler zu Abgeordnet gewechselt, weil er ist ja auch Bundestagsabgeordnet, hat sich dann ins Plenum gestellt, stand dann quasi zwei Meter von Merz entfernt und hat Merz als Abgeordneter geantwortet. Das sind so die deutschen House-of-Cards-Vorgänge. Fand ich aber cool. Aber emotional? Ja, also für Scholz Verhältnisse emotional. Ja, natürlich. Aber er hat es so ganz klar verneint und gesagt, dann werden Sie schon sehen, dass das hier eine falsche Vorhaltung ist. Tschüss, Mic Drop, weg. Boom. Kam dann aus der Fraktion hintendran. Boom. Boom, ja, genau. Ich meine, das finde ich eh mal lustig. Das fände ich eh geil, wenn da so Rufe, gib ihm Olaf. Ja gut, dafür ist das deutsche Parlament, glaube ich, zugesittet. Ja, das stimmt. Also ich kann mir vorstellen, es gibt ja viele Parlamente auf der Welt, wo es dann auch mal richtig rund gehen kann, also wo wirklich auch die Fäuste fliegen und dafür ist es dann doch in Deutschland zugesittet. Trotzdem finde ich es immer da lustig, wenn die jeweiligen Abgeordneten immer sprechen und dann siehst du wirklich immer nur diese kuchenweiße Applaus. Ja, natürlich. Man applaudiert ja nur für seine Leute. Ja, manchmal gibt es aber Ausnahmen. Ja, aber die sind dann immer auch aus den jeweiligen Fraktionen sehr vereinzelt. Ja, das stimmt. So, zwei finden es gut und der Rest von der Fraktion guckt den, guckten die so an, was macht ihr denn? Ihr dürft gar nicht klatschen, das war doch keiner von uns. Ja, ich glaube, es war zum Beispiel so, als das Staatsbürgerrecht, wenn ich mich richtig erinnere, geändert wurde jetzt von der Ampel vor, ist auch schon ein Jahr her oder so, dass es zum Bundestag war oder länger und Armin Laschet fand das gut, meine ich mich zu erinnern. Der hat ja auch eine lange Expertise bei dem Thema. Ich glaube, der war Integrationsminister schon in Nordrhein-Westfalen vor 20 Jahren. Also alle Zahlen, die ich jetzt hier nenne, sind so über den Daumen gepeilt, möchte ich dazu sagen. Ich merke schon, das ist gefährliches Halbwissen, aber mach ruhig weiter, das ist top, das finde ich immer gut. Du musst auch jetzt nicht recherchieren, du musst jetzt auch nicht recherchieren. Hör auf, lass das Handy raus. Ehrlich ist Laschet Integrationsminister. Ja, aber die Vorgeschichte dazu ist, dass Laschet sich schon immer sehr für dieses Thema auch eingesetzt hat. Er wurde zum Beispiel in der CDU in dieser Zeit, ja von 2005 bis 2010 war er im Kabinett Rüttgers der Integration- und Familienminister des Landes. Und du glaubst nicht, wie ihn die CDUler intern danach genannt haben in der Zeit? Wie denn? Türken-Armin. Ja, so war die CDU mal, hoffe ich. Jetzt nicht mehr, hoffe ich. Auf jeden Fall hat Laschet, glaube ich, dafür gestimmt und auch applaudiert bei einer Rede irgendwie so. Und es war wirklich so, wie du sagst, die ganze Fraktion dreht sich so um zu ihm und guckt ihn an. Wie kannst du nur? Wir sind gegen die Ampel. Egal, welcher Inhalt hier verabschiedet wird. Ja, ich kenne das von einem Kumpel, der war im Ortsrat. Der hat das mir mal erzählt. Also der ist ein relativer Sturkopf. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Ich muss ihn fragen. Ansonsten müssen wir den Teil rausschneiden. Oder wir piepen halt alles, dass es so eine ganz uninteressante Geschichte wird. Piep, 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 piep. Und der hat seinen eigenen Kopf und der handelte oder hatte Meinungen, die eben nicht der Fraktion entsprachen. Und da hatte er immer, oder nicht immer, aber hier und da war wirklich einen schweren Stand in der eigenen Fraktion und dann auch im Ortsrat. Nur weil du eben auch andere Sachen mal gut findest. Dabei bist du ja als Abgeordneter zuerst mal deinem Gewissen verpflichtet. Naja. Jo, das ist ein guter Satz. Den können wir mal rausziehen. Und das Gewissen heißt Friedrich. Ja, das kann gut sein. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich finde ich das ja gut. Also du kannst ja einer Partei angehören und auch die Partei vertreten. Aber wenn es Sachen gibt, die vor allem ja auch deinem Ort, deiner Gemeinde oder deinem Land beziehungsweise dann auch dem Bund helfen, dass man da mal über die Parteigrenze hinaus springt und sagt, ja, das ist doch der richtige Weg eigentlich. Das finde ich eben gut, dass man sich da nicht so vereinnahmen lässt. Ich bin da bei dir. Es muss ja nicht immer alles Fraktionszwang sein. Ja, das nervt mich nämlich auch ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, dass in der Politik eben zu wenige von diesen Personen auch agieren. Weiß ich, ob du ein anderes Bild davon hast oder anderes kennenlernst, aber das ist nur mein äußerer Blick darauf. Ja gut, ich glaube es ist, also ich sehe das ja grundsätzlich auch so. Gleichzeitig muss man natürlich auch die politischen Realitäten wahrnehmen. Klar, wenn man sich auf einen Koalitionsvertrag einigt, dann stimmt man natürlich mit der Koalition. So schwer es einem vielleicht auch manchmal inhaltlich fällt, aber Politik ist ja auch immer Kompromiss. Das finde ich, wird viel zu häufig vergessen. Aber gleichzeitig wird es natürlich albern. Da bin ich dann wieder auf deiner Seite. Bei sowas wie in Thüringen, wo ja jetzt alle da ganz überrascht waren, dass dieser thüringische Alterspräsident der AfD da versucht hat, die Verfassung auszutricksen. Komisch, ein AfDler will das System unterwandern. Und vor der Wahl gab es noch einen Antrag der Grünen, meine ich, um es eben gar nicht erst zu dieser Situation kommen zu lassen. Dafür hätte man irgendwie das Gesetz ändern müssen. Das glaube ich gar nicht der Alterspräsident erst, bla bla bla, irgendwie so. Und vor der Wahl hat eine gewisse Fraktion namens CDU dagegen gestimmt und nach der Wahl genau den gleichen Antrag eingebracht. Aber nach der Wahl hatte man keine Mehrheit mehr dafür. Also denkt, ja, Leute, das finde ich dann wieder albern. Ja, das ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel. Danke. Also nur weil die, ja, aber nur weil die Grünen das vorschlagen, sagt dann wahrscheinlich in dem Fall die CDU, nee, 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 also das machen wir so nicht. Ja. Und dann hast du den Salat und dann stellst dich dahin, ja, wir wollen das aber nicht, wir sind dagegen. Ja. Und deswegen da einfach mal auf gewisse Sachen auch einlassen, das wäre ganz schön. nach diesem flammenden Appell von dir wird sich jetzt sicher einiges ändern. Ja, ich denke, die ganze die ganze Politik-Bubble wird sich jetzt Gedanken machen. Ich gucke mal, ob es auch wenigstens stimmt, was ich gesagt habe, aber ich meine ja, wir wollen die Geschäftsordnung ändern, bla bla bla. Ja, ja genau, CDU-BSW-Antrag ist deckungsgleich mit abgelehntem Grünen-Antrag vor einem Dreivierteljahr. Das ist ja super albern. Das ist absurd. Ja, macht die CDU damals abgelehnt. Ja, unterstützt einfach da die Grünen und dann musst du nicht ein Dreivierteljahr später selbst beantragen. Ja, so ist es. Ich habe noch ein Thema. Ja, mach du mal und dann hätte ich auch noch eins. Es lässt mich wahrscheinlich wieder ein bisschen naiv erscheinen. Aber ich habe wieder mal an der Moral im Spitzensport gezweifelt. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Es kommt auf den Spitzensport an. Diesmal, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gibt es, glaube ich, läuft ja schon, ich weiß es nicht, das Showturnier Six Kings Slam im Tennis. Das ist korrekt, ja. In Saudi-Arabien. Ja. Was keine Weltranglistenpunkte bringt, also sportlich irrelevant ist, aber so viel Geld wie bei Kaim & Grand Slam Sieg, sechs Millionen Dollar. Ja, und ich glaube, es gibt eine ordentliche Antrittsgage. Ja, und ich finde, ich weiß es nicht, es ist halt Saudi-Arabien, eine der schlimmsten Menschenrechtslagen des Planeten und es ist ja, also man muss ja jetzt nicht besonders klug sein, um das Kalkül Saudi-Arabiens zu durchschauen, warum man sich sechs der weltbesten Tennisspieler für viel Geld ins Land holt. Was, was soll der Sinn und Zweck sein? Ich könnte mir vorstellen, dass es das Image aufpolieren soll. Aber das machen sie doch eh, in der Vergangenheit haben sie das noch nicht gemacht. Aber weißt du, was ich meine? Also mir geht es doch darum, also gerade, ich gucke jetzt mal, wer da teilnimmt. Also die Teilnehmer sind Nadal, Djokovic, Alcaraz, Yannick Sinner, Medvedev und Holger Rune. So, und die, ich kenne jetzt nicht ihre genauen Kontostände, aber da denke ich mir immer, hat denn keiner von denen, also ist denen das alles völlig egal? Also bei denen geht es doch wirklich nicht um diese zusätzlichen Millionen. Also gerade Nadal und Djokovic, wie viel Geld haben die? Ganz ehrlich. Viel. Ja, das ist, ja eh die Diskussion, die jetzt, ich würde jetzt mal behaupten, seit drei Jahren ungefähr ja im Raum steht. Das ist ja egal, welche Sportart. Also die Saudis wollen in Fußball rein, die Saudis Ja und schaffen es ja auch. Ja, ja und schaffen es auch. Gehen in Golf rein und jetzt im Tennis dann eben, also das ist eben nicht aufzuhalten und da siehst du eben, dass der finanzielle Anreiz bei vielen, dem ganzen anderen, der Moral oder eben auch anderen Sachen, ja, ja, also dass das finanzielle einfach für die interessanter ist als, als so Themen und eben auch gewisse, gewisse Argumentationen, weil jetzt zum Beispiel ein Alcaraz beschwert sich auf der Tour anscheinend, weil genau da habe ich das Thema nämlich auch, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt, eingelesen. Ein Alcaraz sagt, wir müssen viel zu viele Turniere spielen und das ist viel zu anstrengend für unseren Körper. So, da sagt der Chef von der LTV, ja, Zitat, Zitat, das wird uns umbringen. Ja, das wird uns umbringen und dann macht doch einfach Pause. Aber der finanzielle Anreiz ist anscheinend so groß, dass auch ein Alcaraz sagt, nee, dann spiele ich nochmal in Riyadh ein Turnier über die Woche mit fünf anderen. Das wird uns umbringen, wird in Saudi-Arabien in ganz anderen Kontexten gesagt. Ja, das ist ja genau das, womit ja die Saudis oder das Konstrukt, das dann entsteht, ja wirbt. A, mit der finanziellen Komponente und B, aber auch, jetzt wenn ich die Lift-Tour nehme, einfach mit einem Konkurrenzkonzept, das für viele Spieler aber trotzdem lukrativ ist. Im Sinne von, die Golfturniere zum Beispiel auf der Lift-Tour, die gehen anstatt vier nur drei Tage. Das heißt, da fällt schon mal ein Tag Belastung weg. Klar, der finanzielle Anreiz ist unfassbar, aber da ist alles so ein bisschen aufgelockert, da nicht so steif, was für den einen oder anderen natürlich interessant ist. Aber über allem steht natürlich diese finanzielle Komponente. Wenn ich hole, so einen John Rahm, der ist das erste Jahr nicht auf die Lift-Tour gewechselt, dachte ich, das ist so jemand, der kann, der widersteht dem Ganzen und der muss dann irgendwie ein Angebot bekommen haben für 500 Millionen oder so, wo du dann, oder wo so jemand dann nicht widerstanden hat. Ja. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist von außen betrachtet immer einfach zu sagen, so das darf man doch nicht machen und das kann man doch nicht machen, aber wenn du dann wahrscheinlich so einen Zettel da liegen hast und da steht eine Zahl drauf, das dich doch ins Wanken bringt. Die Zahl der vollstreckten Todesstrafen in Saudi-Arabien pro Jahr vielleicht. Ja, ja, also für dich ist das ja eine ganz klare Sache. Nein, ich kann das schon nachvollziehen, aber ich finde schon interessant, ich glaube, dass diese, die Spieler, die machen sich doch darüber oder die blenden die andere Seite ja komplett aus. Also da steht dann nur der Zettel mit dem Geld, aber nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie jetzt auf den Pressekonferenzen nachgefragt wurde oder im Vorfeld auch bei den Tennisspielern, weil damals, als das mit der Lift-Tour beim Golf zustande kam, war das nämlich extrem Thema. Es wurde nämlich gesagt, da kommt eine neue Tour, klar auch, weil die Touren, die schon Bestand hatten, also ja, die hatten eben so ein bisschen Angst, weil ein Konkurrenzprodukt kommt. So, und dann war das natürlich Thema und die Spieler haben, muss man wirklich sagen, sehr diplomatisch geantwortet und alles auf den Sport geschoben. So, wir wollen Golf spielen, wir wollen nur Golf spielen und dafür spielen wir weniger Golf und haben mehr, unser Körper wird uns das irgendwann zurückgeben. So, das waren die Argumentationen und da ging es eben gerade auch bei den Spielern, wie du sagst, gar nicht darum, mal zu hinterfragen, was in dem Land so los ist. Ich sag ja nur, ich hab's gelesen und dachte wieder, ach man, es ist doch irgendwie schade. Weißt du, also ich mach mir ja keine Illusionen, aber irgendwie ist es schade. Weil ich find gerade so, nehmen wir das Beispiel Alcaraz oder Nadal, das sind ja auch so Spieler, Nadal, der als Legende irgendwie in dem Sport ist, Alcaraz, der eine werden kann, die man ja auch sportlich total gern verfolgt. Ja. Und irgendwie liest man das dann und denkt, ja okay, aber es ist am Ende natürlich doch alles nur Geld. Ja. Und dann, wie gesagt, ich komm noch mal zu dem Punkt, wenn ich schon hunderte Millionen habe und das ist ja keine Zahl, die aus der Luft gegriffen ist, würde ich jetzt sagen, bei Nadal zumindest. Weiß ich nicht, wie du es einschätzt. Also ich bin da schon auch auf deiner Seite, das verstehe ich eben auch manchmal nicht, nur es ist immer von außen auch schwer betrachtet, also schwer zu betrachten, wie es denn wirklich ist. Also was wird da dargelegt? Was wird dir aufgezeigt? Ist jetzt egal, ob das Saudi-Arabien ist oder andere Sachen. Ich meine, damals war es im Fußball China zum Beispiel, als die mit Geld um sich geworfen haben. So. Da war das auch nicht so ein extremes Thema. Aber ja, es ist, das muss eben jeder selbst wissen und es besteht einfach. Aber ich, wenn ich jetzt an der Stelle von, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Also ich wäre jetzt nicht nach Saudi-Arabien gewechselt oder nach China. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Das wussten wir aber, glaube ich, auch alle, weil sonst hättest du dir das ja nicht angetan, solange wir dann, ja. Ach, Quatsch. Nee, es war schön. War schön, ja. Naja, das war es von meiner Seite. Ich muss jetzt noch, ich habe noch einen Auftrag vom Saudi-Arabischen Sender. Ich muss mal eben darüber, ich drehe da so Straßen umfragen. Das wäre jetzt geil. Für Riyadh TV. Von dir kommt ein Bericht, wie du ganz positiv über Saudi-Arabien berichtest. Das wäre herrlich. Ja, so. Und nächste Woche machen wir FaceTime und du sitzt in irgendeiner Villa, Jugendstil-Villa. Ja, da hängt hier kein Spannbettlaken mehr vom Fenster nächste Woche. Das wäre geil. Ja. Ich glaube, wenn wir anfangen würden aufzunehmen, dann würde ich mich erst mal kaputt lachen. Live aus Riyadh. Ich wohne jetzt hier. Ja, so ungefähr. Ja. Ganz kurzer, ganz kurzer Kommentar. Also wir machen mal wirklich ganz schnell. Ganz kurzer Kommentar zu Thomas Tuchel. Also ich finde es geil. Das verspricht doch viele spannende Aufeinandertreffen, hoffe ich. Ich finde das eben so krass. Ich dachte immer, der hat ein gutes Standing in England. Also hatte er auch als Trainer, glaube ich. Gerade mit seiner Zeit bei Chelsea. Aber Nationaltrainer, Deutscher. Ja, ja. Die Engländer kommen gar nicht drauf, klar. Das ist wirklich das Desaster. Ja, das war es. Und wenn der die Hymne mitsingt, ich sag's ja, wenn der die Hymne mitsingt. Vor allem in der englischen Presse werden ja dann wirklich so Vergleiche, die man nicht machen kann, gezogen. Auch zu 45 und den Jahren davor. Ein Deutscher übernimmt und so weiter und so fort. Haben sie gemacht? Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich meine, ich hätte das irgendwo mal gelesen. Aber die machen natürlich alles. Ja, klar. Also ich habe nur das Gros der Kommentare so mitbekommen und die waren nicht so positiv ihm gegenüber. Ja, mal gucken. Wenn er liefert, dann ist es denen doch auch egal. Natürlich. Ist ein Tagesgeschäft, Fabian. Ist ein Tagesgeschäft. Auch wenn du Freitagabend 5-1 verlierst, wenn du nächste Woche 5-0 gewinnst, dann ist das alles vergessen. Ja, aber dafür musst du halt nächste Woche erst mal 5-0 gewinnen. Ja, und es ist möglich. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, das wäre so ein schöner Schluss gewesen. So ein schönes Ende unserer Folge. Aber es gibt noch ein besseres. Ja. Was hockt auf einem Baum und schreit immer zu Aha? Ein Uhu mit Sprachfehler. Tschüss. Tschüss. Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs überall dort, wo es Podcasts gibt. ablabla. Louis ist eine dallache mit Knack Quietschen in crafting das Bank um za invest in Euro arqu und das nicht ist we oney TCP list ��